Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer weiteren Ausgabe des Toko Tokonomi Podcasts, diesmal mit dem Thema Urush von der schlimmsten Generation und Edward Weevil, ehemaliger Samurai der Meere. Eigentlich haben die beiden nichts miteinander zu tun, aber sie haben eine Gemeinsamkeit. Und zwar sind es quasi die vergessenen Charaktere von Oda. Klar, man könnte jetzt hier noch mehr Charaktere einwerfen, die lange Zeit nicht in der Story waren, aber diese beiden Charaktere waren noch nicht wirklich in der Story. Sie hatten noch nicht ihren Arc oder ihren großen Auftritt, dass die näher behandelt wurden, weshalb natürlich um beide Charaktere ein gewisses Mysterium entstanden ist. Aber im Falle zumindest von Edward Weevil sind wir da schon etwas auf der Spur. Immerhin ist seine angebliche Mutter, Miss Buckingham Stussy, ja auch geklont worden und schon lange Zeit vorher, vor fast drei Jahren, hatte ich ja die Theorie, dass Edward Weevil nicht der Sohn von Whitebeard ist, sondern ein Klon von Whitebeard, der nicht so ganz funktioniert hat, was sich wahrscheinlich jetzt als richtig herausgestellt hat. Denn gehen wir mal davon aus, dass Whitebeard nie ein Kind hatte. Darauf ist ja auch nochmal Marco eingegangen, als Nekomamushi ihn auf Sphinx Island besucht hat, dass Edward Weevil wahrscheinlich nicht der Sohn ist von Whitebeard. Er ist aber auch nicht genau weiß, denn Miss Buckingham Stussy und Whitebeard waren früher mal auf demselben Schiff. Inzwischen wissen wir auch, welches Schiff das war, nämlich das Schiff der Rockspiraten. Okay, gab es da eine Lia Saw zwischen diesen beiden Charakteren? Ist nicht auszuschließen, aber es ist auch natürlich nicht bestätigt worden, vor allem da wir gerade diese Klonsache haben. Doch fangen wir das ganze Thema erst einmal mit Urush an. Denn der ist tatsächlich sehr lange nicht mehr aufgetaucht in der Story von One Piece. Fast 300 Kapitel nicht mehr. Das letzte Mal, wo wir ihn gesehen haben, war in Kapitel 795. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das war damals, als Kaido vorgestellt wurde, das erste Mal wirklich und richtig. Und man kann sich jetzt eigentlich mal darauf einbilden, dass in der Zwischenzeit Kaido im Grunde auch schon durchgespielt ist in der Story von One Piece. Vielleicht ist er gerade sogar tot und wir haben es einfach nur noch nicht bestätigt bekommen. Währenddessen haben wir hier einen Charakter mit Urush, der damals im Sabaodi Archipelago Arc eingeführt wurde, der noch nicht mal wirklich in der Story angekommen ist. Aber es gab natürlich so ein paar Momente, wo wir ihn gesehen haben und darauf möchte ich jetzt natürlich eingehen. Eine der wohl wichtigsten Momente eben von Urush ist vielleicht auch, dass er uns andere Dinge präsentiert, die wichtig für die Story sein könnten. Beginnen möchte ich mit Kapitel 594. Der Titel dieses Kapitels lautet übrigens Message, was man als Botschaft übersetzen kann. Und natürlich bezieht sich dieser Titel auf die Botschaft von Ruffy über die Zeitung an seine Strohhutbande, sich nicht in drei Tagen, sondern erst in zwei Jahren wieder zu treffen und damit wird ja quasi der Timeskip eingeläutet. Es war aber auch eine Botschaft an die anderen der schlimmsten Generation, dass Ruffy die Gipfelschlacht auf Marineford überlebt hat. Aber könnte dieser Titel auch suggerieren, dass alles in diesem Kapitel auch eine Botschaft für uns Leser gewesen ist? Denn nicht jeder der schlimmsten Generation hat auf die Zeitung reagiert, sondern hat so seine ersten Erfahrungen in der neuen Welt gesammelt. Beispielsweise Capone Gang Beji, der von einer Insel angezogen wurde, weil die höchstwahrscheinlich magnetisch aufgeladen war oder eine andere Anziehungskraft hat, wie das bei normalen Inseln ist. Aber heute soll es ja um Urush gehen und der hat eine Begegnung mit Raijin Island, die Insel, wo es die ganze Zeit gewittert und er hat keine Ahnung, wie er an dieser Insel anlegen soll. Die Insel wird später vielleicht sogar nochmal wichtiger werden, da sie auch im Kozuki Oden Flashback auftaucht und wir wissen, dass die Roger Piraten dort waren. Interessant finde ich aber hier den Gesichtsausdruck von Urush, denn er sieht gar nicht erfreut aus, diese Blitze zu sehen. Könnte das ein Hinweis auf seine Vergangenheit sein? Denn wir wissen ja immer noch nicht ganz genau, wo er herkommt. Die einzige Angabe, die wir haben ist, er stammt von einer Himmelsinsel. Viele gehen natürlich davon aus, dass er von Birka stammt, aber bestätigt ist das noch nicht. Auch ich halte das für am allerwahrscheinlichsten, dass er von Birka stammt, aber Birka wurde ja bereits vor genau 10 Jahren zerstört und von wem? Natürlich von Enel mit der Hilfe der Gorogorono-Mi, seiner Donnerfrucht. Hier könnten vielleicht sogar gewisse Flashbacks bei Urush entstanden sein, dass er eben unangenehme Erfahrungen mit Donner und Blitz gesammelt hat. Also würde das natürlich auch darauf hinweisen, dass er tatsächlich aus Birka stammt. Die große Frage, die ich mir aber bei Urush immer gestellt habe, ist, wie ist er ins Blaumeer gelangt? Was ich damit sagen will, ist, hat er sich selbst dazu entschieden, ins Blaumeer zu gehen, ohne andere Einflüsse, beispielsweise, dass Birka zerstört wurde und deshalb seine Heimat verschwunden war und es ihm nichts mehr gegeben hat? War er überhaupt zu dem Zeitpunkt dort, als Enel Birka zerstört hat, oder war er zu dem Zeitpunkt irgendwo anders unterwegs? Vielleicht war er kurz in Skype, hat er irgendetwas überlegt? Wir wissen ja, dass Birka und Skype über den High West verbunden sind und als er zurückkam, sah er, dass ganz Birka zerstört war. Okay, dann wäre eigentlich der logische Schluss, er geht nach Skype, um sich dort an Enel zu rächen. Ist natürlich die große Frage, hätte er damals Enel besiegen können? Ich bin da anderer Meinung. Ich glaube, gegen einen Enel hätte man zu diesem Zeitpunkt keine Chance gehabt. Ein Urush jetzt hätte wahrscheinlich die Chance, gegen Enel zu kämpfen, aber ich gehe natürlich auch stark davon aus, dass er inzwischen Haki beherrscht und gegen einen Logia-Nutzer, wie es Enel nur einmal ist, ankämpfen könnte. Und ansonsten dürfte er natürlich auch das Mantra beherrschen, genauso wie das quasi fast jeder Himmelsbewohner beherrscht. Demnach wird er auch wahrscheinlich ein sehr gutes Observations-Haki haben. Also ist hier die große Frage, war er anwesend, als eben Birka zerstört wurde und war damals zu schwach und hat sich überlegt, okay, statt jetzt nach Skype hier zu gehen, was jetzt der nächste Zug von Enel ist, gehe ich erstmal ins Blaumeer und werde stärker, um dann irgendwann später zurückzukehren, um sich eben an Enel für das Zerstören von Birka zu rächen. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass eben Urush von Skypejag kommt und vielleicht auch zufällig einfach nur im Blaumeer gelandet ist, genauso wie Gedatsu im Skypejag, einen der Priester von Enel und der stammte ja auch aus Birka, was natürlich auch wieder so ein bisschen die Frage aufwirft, warum war Urush kein Priester von Enel? Denn die Priester von Enel kamen ja ebenfalls aus Birka und waren ja damit einverstanden, dass eben Enel ihre Heimat zerstört hat und dass sie dann eben zusammen nach Skypiea gezogen sind. Fragen über Fragen an dieser Stelle. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass eben ein Urush es nicht wieder zurückgeschafft hat nach Skypiea bzw. nach Birka, um eben sich an Enel zu rächen. Denn klar, es gibt den Knock-Up-Stream, aber von dem weiß ja wahrscheinlich nicht jeder bzw. weiß nicht, dass das der direkte Weg nach Skypiea ist. Was so ein bisschen dagegen sprechen würde, wäre natürlich Kapitel 795, die Vorstellung von Kaido, die ich schon erwähnt habe. Da war er ja auf einer Himmelsinsel, aber das muss ja keine Himmelsinsel sein, die sehr weit oben gelegen hat, sondern war das überhaupt eine Himmelsinsel oder war das einfach nur so ein Fleckchen, wo man sich mal kurz auswohnen konnte auf einer Wolke Ich meine, eine komplette Insel haben wir da nicht wirklich gesehen und wir haben ja auch andere Himmelsinseln gesehen, wie beispielsweise Watharia, die nicht so weit oben geschwebt sind, dass man da nicht hingelangen könnte. Ja, so viel zu diesen Fragen, wo überhaupt Urush herkommt. Das wird auf jeden Fall hoffentlich noch in der Story erklärt und was überhaupt eben sein Gedankengang ist. Mir gefällt aber die Idee, dass er zufällig im Blaumeer gelandet ist, denn dazu passt nämlich auch der Name seiner Piraten-Crew. Die heißt nämlich im Englischen Original Fallen Monk Pirates. In Deutsch wurde das mit Sündiger Mönch Piraten übersetzt, was ja gar nicht so falsch ist. Fallen kann auch für Sündig stehen, aber vielleicht ist hier eine Doppelbedeutung im Wort verankert, dass es nicht nur für Sündigen, sondern auch für Fallen stehen könnte und dann ist er halt eben der Mönch, der gefallen ist, aber nicht in der Moral gefallen ist, sondern buchstäblich vom Himmel gefallen ist. Und das würde nämlich auch erklären, warum die ganze Piraten-Bande, nämlich die Fallen Monk Pirates, nicht aus Himmelsbewohnern besteht. Denn dort ist abgesehen von ihm kein Himmelsbewohner, den wir gesehen haben. Das heißt, er ist auf sich allein gestellt und hat höchstwahrscheinlich diese Piraten-Bande erst gegründet, als er im Blaumeer ankam. Ein Flashback von der Vergangenheit von Urush könnte auch in dem Sinne interessant sein, wenn es wirklich etwas mit Birka und Enel zu tun hat, dass man tatsächlich eine Rückkehr von Enel innerhalb dieses Flashbacks hat oder ihn zumindestens mal sehen und es eine doch eher persönlichere Beziehung zwischen diesen beiden Himmelsbewohnern geben könnte. Und es wäre natürlich dann auch die Bestätigung, dass Urush tatsächlich von Birka stammt. Allgemein ist Urush ja der Charakter, der sehr viel rund um den Buddhismus aufgebaut wurde, weshalb auch sein erstes und bisher einziges Kopfgeld 108 Millionen Berry beträgt. Damit war er der Niedrigste der Supernova der schlimmsten Generation. Also noch unter Jewelie Bonny, noch unter Capone Gang Badgy. Und das hatte natürlich einen besonderen Grund. Das lag nicht daran, dass er vielleicht der Schwächste von den Supernova war. Das lag einfach daran, dass die 108 im Buddhismus eine sehr, sehr wichtige Zahl ist. Deswegen hat ja auch beispielsweise Zorro die Attacke, die 108 Sinnesphönix. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn Urush wieder in der Story auftaucht und dann vielleicht als Verbündeter oder Gegner gilt, mittlerweile ein höheres Kopfgeld hat, und zwar eine Milliarde 80 Millionen Berry, damit die 108 beibehalten wird. Aber wo wird er tatsächlich in der Story auftauchen? Und wird er ein Verbündeter oder wird er eher ein Gegner werden? Und aktuell sehe ich ihn eher auf der Gegnerseite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich mit Ruffy verbündet, wobei das natürlich auch nicht komplett ausgeschlossen ist. Denn normalerweise ist es so, dass die meisten der Supernova der schlimmsten Generation sich erst einmal mit Ruffy verbünden. Gab es überhaupt jemanden, der sich direkt gegen Ruffy gestellt hat? Ich meine, selbst die krassesten Hardliner wie Eustace Captain Kidd haben am Ende mit Ruffy zusammengearbeitet. Trafalgar Law hat mit ihm zusammengearbeitet. DS Drake hat noch die Seiten gewechselt, um mit Ruffy zusammenzuarbeiten. Jetzt haben wir Julie Bonny, die zwar auch sagt, wir sind eigentlich Gegner, aber auf der anderen Seite sind sie auf der gleichen Seite. Und ich glaube, bis auf Scratchman Apu hat sich da niemand andererseits positioniert. Deswegen wäre es eigentlich im Grunde auch mal wieder eine Abwechslung, wenn jetzt jemand wie Urush sich auf die andere Seite konzentrieren würde. An dieser Stelle möchte ich auf Kapitel 581 verweisen. Dort reagieren die Supernova auf die Ereignisse bei der Gipfelschlacht auf Marineford. Und der einzige, der auf Blackbeard eingeht, ist Urush. Schon ein bisschen random, ein bisschen zufällig, aber vielleicht wollte uns oder damit etwas suggerieren. Und zwar, dass Urush sich vielleicht Blackbeard angeschlossen hat. Genauer gesagt hat er eigentlich gemeint, dass ein großer Sturm kommen wird. Okay, das ist jetzt keine Aussage, dass er exklusiv getroffen hat. Das hat auch Doflamingo öfters gesagt. Und selbst Eustace Captain Kit hat so etwas gesagt. Er sagt aber in diesem Kontext, dass Blackbeard das Auge dieses Sturms sein wird. Eigentlich bedeutet das, dass Blackbeard fortan im Mittelpunkt stehen wird und quasi das Zündlein an der Waage sein könnte. Und dieser große Sturm, der kommen sollte, ja, der hat vielleicht schon eigentlich angefangen während des Timeskips, aber er ist jetzt gerade am Wüten. Jetzt haben wir nämlich den Moment, wo wir kurz vor einem großen Weltkrieg in One Piece stehen, wo alle großen Fraktionen beteiligt sind und wo es auch dann gegen die Weltregierung geht. Und Blackbeard steht tatsächlich irgendwo im Mittelpunkt, denn er hat sich ja im Grunde mit allen angelegt. Zählen wir einfach mal die Shichibukai als Boa Hancock, wobei waren sie da noch Shichibukai? Eigentlich streng genommen nicht mehr, aber das wird Blackbeard egal gewesen sein. Er hat sich Trafalgar Law geschnappt, er hat sich Pudding von Big Mom geschnappt, das könnte gleich nochmal sehr interessant werden, deswegen merkt euch das. Und er hat noch weiteres vor. Er hat sich Kobe geschnappt, gut, das war mehr oder weniger so ein Zufall, aber er steht quasi im Mittelpunkt und er wird wahrscheinlich in Zukunft in One Piece immer mehr im Mittelpunkt stehen, weil er der nächste große Gegner sein wird, nachdem Kaido ja jetzt besiegt ist zumindestens. Ob er tot ist und nochmal zurückkommt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Und deswegen könnte es natürlich sein, dass Urush sich nach dem Timeskip Blackbeard angeschlossen hat. Vielleicht ist er der ominöse zehnte Titanic-Captain von Blackbeard und vielleicht war er das schon die ganze Zeit, nämlich auch zu dem Zeitpunkt, als er versucht hat, in das Territorium von Big Mom zu gelangen. Ihr erinnert euch, wir haben da die Information bekommen von eben Charlotte Brûlée, dass es auch andere Supernova versucht haben, dort einzudringen und keiner hat irgendetwas erreicht. Denn er hat einen Suite Commander besiegt, einen Kaiser-Kommandanten von Big Mom und wurde dann vom nächsten Suite Commander, nämlich von Charlotte Cracker, wieder hinaus befördert. Aber er wurde gelobt, in dem Sinne, dass er der Einzige ist, der etwas dort erreicht hat. Und im gleichen Kontext bekommen wir eigentlich von Brûlée an dem Punkt gesagt, dass es für die Supernova der schlimmsten Generation nur zwei Wege gibt, in der neuen Welt zu überleben. Nämlich so, wie es Capone Gang Badgey gemacht hat, sich einem Kaiser unterzuordnen und sich dessen anzuschließen oder zu versuchen, einen Kaiser zu Fall zu bringen und dabei zu scheitern und zu sterben. Okay, keine rosigen Aussichten, aber Ruffy hat sich natürlich für den Weg entschieden, einen Kaiser zu Fall zu bringen und selbst jetzt zum Kaiser zu werden. Aber könnte das vielleicht ein Wink sein, dass Urush sich zu dem Zeitpunkt schon bereits einem Kaiser angeschlossen hat und der eigentliche Grund war, warum Urush überhaupt in die Toadlands versucht hat einzudringen, damals schon der Versuch war, Pudding zu entführen beziehungsweise auch das Road Pornocly von Big Mom zu stehlen, aber nicht für sich selbst, sondern eben halt für Blackbeard. Und dass wenn Ogre und Kusan dann später diesen Auftrag ausgeführt hat, lag einfach daran, dass Urush zu dem Zeitpunkt noch zu schwach war. Vielleicht war das auch so mehr oder weniger ein Initiationsritus für Urush, dass Blackbeard gesagt hat, okay, ich möchte erstmal, dass du dir, ja quasi, mir meine Stärke beweist, ja, dass du mir hier einen Test absolvierst, geh mal in die Toadlands und besorg mir das und das und dann kannst du in meine Piratenbande hineingehen. Was auch dafür sprechen könnte, weil er sich nämlich danach gar nicht mehr irgendwo groß gezeigt hat, außer halt in dieser einen Szene mit Kaido. Und er hat zwar für Kaido gebetet, aber er hat sich jetzt nicht Kaido, ja, angeschlossen oder überhaupt versucht, mit ihm zu reden. Er hat halt nur über Kaido gesprochen, aber auch das fühlte sich so random an. Und wir können uns natürlich einigen, dass er jetzt nichts mehr mit Kaido am Hut hat, abgesehen von dieser Szene, da der Wano Kuni-Ark ja zu Ende ist und er dort eben nicht aufgetaucht ist. Heißt also, Urush könnte dann auftauchen, wenn es gegen Blackbeard geht. Und das könnte natürlich wieder bedeuten, dass sein großer Auftritt im L-Buff-Ark vorgeführt wird, denn Blackbeard wird gerade zu sehr in die Story gedrängt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er nicht im nächsten großen Arc einer der Gegner wird oder der nächste große Gegner, der jetzt aufgebaut wird. Ja, und dann wäre halt Urush dabei. Warum würde L-Buff in dem Falle so gut passen? Naja, zum einen gehen wir davon aus, dass das letzte, das vierte Robe-Pornoglyph, inzwischen auf L-Buff ist. Wir haben sehr viele Andeutungen im Eckhead-Island-Ark bekommen, dass es jetzt doch nach L-Buff gehen muss. Alleine die Tatsache mit Jaguar D. Saul und natürlich auch die Frage, wo bringt man eigentlich Vegapunk hin, damit der in Sicherheit ist? Der wird ja jetzt nicht unbedingt das neueste Mitglied der Strohhutbande werden, vor allem nicht, wenn er seine sechs Satellites auch noch mit am Start hat. Dann hätten wir auf einmal sieben neue Strohhutmitglieder und wo willst du die alle unterbringen? Auf der 1000 Sunny. Die ist zwar deutlich größer als die Going Merry, aber natürlich hat auch die ihre Grenzen erreicht irgendwann. Müsste die ja nochmal vergrößert werden. Aber natürlich wäre L-Buff hier eine absolut gute Option für Vegapunk, denn er war ja schon in der Vergangenheit dort und hat da ja scheinbar Verbündete beziehungsweise Freunde, die ihm dort weiterhelfen könnten. Ja, das könnte diesen ganzen L-Buff-Ark einleiten. Und hier haben wir natürlich die Stelle, dass wir diesen riesigen Baum oder diesen riesigen Felsen haben auf L-Buff, der vielleicht sogar eine Verbindung zu einer Himmelsinsel hat. Und gehen wir jetzt mal davon aus, diese Himmelsinsel, unabhängig welche sie ist, das wird höchstwahrscheinlich natürlich nicht Skypiea sein, aber wir hoffen natürlich alle darauf, dass es Birka ist. Das könnte man halt wieder komplett sehr gut verbinden mit Uruj, der vielleicht dort herunterkam, an diesem Baum und oben drüber war halt eben L-Buff. Also ich schließe diese Möglichkeit nicht aus, das würde alles zu perfekt passen und das würde halt auch irgendwie dazu schließen, dass der L-Buff Ark vielleicht diese große Battle Royale wird, die Oda uns jetzt letztes Jahr angekündigt hat für dieses Jahr, wo einfach viele Fraktionen im L-Buff Ark aufeinander clashen werden und dort könnte ich mir einen Uruj einfach ziemlich gut vorstellen, denn eines ist auf jeden Fall sicher. Vor dem Egghead Island Ark hatten wir zwei Supernova, die noch nicht wirklich behandelt wurden, nämlich Jolie Bonny und Uruj. Und Jolie Bonny wurde jetzt im Egghead Island Ark behandelt, wird wahrscheinlich auch mit in den nächsten Ark übergehen. Ich meine, die werden sie nicht auf Egghead Island zurücklassen, das hätte für mich keinen Sinn. Sie wäre jetzt potenziell der neue Trafalgar Lore Charakter, also der Charakter, der jetzt mit der Strohhutbande mitsegelt. Ob sie ein neues Strohhutmitglied wird, das lasse ich mal so stehen, da könnt ihr gerne selbst spekulieren, wobei ich das nicht komplett ausschließen würde, denn sie passt zum einen ziemlich gut in die Crew, sie würde auch Ruffy bei einem Wettessen locker besiegen können, na zumindest halte ich das für möglich. Für Sanji wäre gerade jemand wie Vielfraß Jolie Bonny auch natürlich sehr, sehr willkommen und er hat ja auch schon gesagt, wenn Jolie Bonny mit am Start ist, dann freut er sich auf jeden Fall und Bonny hat ja in dem Sinne keine Crew mehr. Okay, sie hat natürlich gesagt, ja, meine Crew, die existiert noch irgendwo, aber ich bin hier alleine hergekommen, aber wir haben im Grunde, seit sie von Blackbeard damals besiegt wurde, kurz vor dem Timeskip, sie ist die einzige Supernova, die es nicht geschafft hat, zuallererst in die neue Welt zu kommen, sondern sie wurde vorher von Blackbeard quasi ausgeweibt oder zumindest ihre Piraten-Crew und wie sie Akainu entkommen ist, ist immer noch ein großes Rätsel, aber wahrscheinlich ist sie ihm alleine entkommen, irgendwie. Vielleicht hatte sie großes Glück und man hat nicht entdeckt, dass sie eine Teufelfrucht-Nutzerin ist, so wie es bei Buggy in Impel Down war und sie ihre Teufelskräfte ansetzen konnte und sich dann zu einem Kind verwandelt hat und dann waren die Handschellen zu groß für sie, dass sie einfach entkommen konnte und damit könnte sie auch noch einen gewissen Groll gegen Blackbeard haben, was natürlich auch wieder irgendwie super zusammenspielt, wenn sie jetzt zusammen mit der Strohutbande nach Elbaf kommt, Blackbeard dort auch auftaucht, insamt mit Urush als Partner, dass wir dann quasi hier auch zwei Supernova der schlimmsten Generation haben, die aufeinander treffen, weil Julie Bonny sich natürlich noch für diese Schmach gegen Blackbeard rächen möchte und in dem Fall vielleicht mit Hilfe der Strohhutbande. Würde mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen, wenn Julie Bonny nicht irgendwie jetzt gar nichts mehr auf ihre alte Crew gibt, aber die ist halt tatsächlich nicht wieder aufgetaucht. Seit wir sie in der Neuen Welt gesehen haben, war sie immer alleine und ist immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen, hat sich immer irgendwie verwandelt, damit keiner sie entdeckt und hat dann Pizza gestohlen oder die Zeitung gestohlen, damit sie die neuesten Infos bekommt, aber wo war die ganze Zeit ihre Piratenbande? Ja, die wird wahrscheinlich in Impel Down sitzen, weil die verhaftet wurde von der Marine oder die Blackbeard-Piratenbande hat die vielleicht sogar alle getötet. Wir haben es ja nicht so ganz genau gesehen, was dort wirklich vorgefallen ist. Auch das passt mir einfach viel zu gut zusammen. Aber kommen wir mal wieder zurück zu Urush, denn der muss uns jetzt einfach mal zeigen, dass er noch irgendwo in die Story hineinpasst. Und als alleiniger Charakter und vielleicht ja natürlich auch mit den sündigen Mönch-Piratenbanden, die dürften ja alle noch existieren. Wir haben sie ja auch schließlich in Kapitel 795 bei Kaido gesehen. Vielleicht ist Urushia auch kein wirklicher Titanic-Captain von Blackbeard, sondern jemand, der quasi in der Allianz von Blackbeard ist, so wie das Peachbeard beispielsweise war und dann gehört er einfach zur Blackbeard-Großflotte. Ja, vielleicht auch ganz cool, wenn man dann natürlich auch die Stroh-Hut-Großflotte mit hineinbringen kann, wenn Blackbeard auch noch mehrere Allianz-Mitglieder einfach hat, einfach Piratenbanden, die wir vielleicht auch gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Also das könnten halb unbekannte Charaktere sein, also komplett neue Charaktere, aber auch Piratenbanden, die so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind, wie die Germs-Pirates, die ja jetzt in der Cover-Story der Fire-Tank-Piraten aufgetaucht sind. Und die haben sich dann einfach entschieden, okay, wir sind nicht die krassesten Piraten und wahrscheinlich wurden wir auch von der Marine einkassiert. Gebt natürlich auch noch die Möglichkeit, aber es ist ja nur als Beispiel genannt, so eine Piratenbande, die sich dann Blackbeard einfach untergeordnet hat. Und die müssten dann nicht die absolut krassesten sein, denn Pinkbeard war das eben auch nicht. Aber Urush würde dann halt eben schon hervorstechen in dieser Allianz. Also auch diese Möglichkeit sehe ich eben für Urush, denn das ist so die zweite Gemeinsamkeit gegenüber Edward Weevil. Und damit wechsle ich jetzt nochmal von dem einen Charakter zum anderen Charakter. Sie stehen quasi alleine da. Keiner der sündigen Mönch-Piraten ist uns in gewisser Weise irgendwie bekannt. Das heißt, man kann sie nicht mehr alleine aufbauen und im Grunde ist doch abgesehen von Urush auch der Rest der Bande völlig irrelevant. Und genauso ist das bei Edward Weevil. Er steht komplett alleine da, abgesehen natürlich von Miss Buckingham Stussy. Ja, die ist natürlich an seiner Seite. Die manipuliert ihn. Aber was ist eigentlich ihr großes Ziel? Sie möchte quasi das Erbe von Whitebeard haben. Weiß sie, was das Erbe von Whitebeard ist oder stellt sie sich nur etwas darunter vor? Wenn wir mal so ein bisschen davon ausgehen, dass Miss Buckingham Stussy quasi die Form von Stussy ist, wenn alles schlecht gelaufen ist. Denn da gibt es ja auch gerade Theorien. Ihr kennt mit Sicherheit die Bilder, dass Oda, zum Beispiel Ruffy, Sabo, Ace, aber auch andere der Strohhut-Bande mit zwei verschiedenen Zeitlinien gezeichnet hat. Nämlich wenn alles gut läuft und wenn natürlich alles schlecht läuft. Und gehen wir einfach davon aus, bei Miss Buckingham Stussy ist alles schlecht gelaufen und bei ihrem Klon, nämlich Stussy, ist alles gut gelaufen. Deswegen sieht die Stussy, also der Klon, heute noch gut aus und Miss Buckingham sieht halt aus, ja, wie so eine Mutter Kamel. Und beide sahen halt in der Jugend wahrscheinlich doch eher besser aus. Aber wir haben es ja auch bei Nico Robin und bei Nami in diesen Bildern gesehen. Wenn bei denen alles gut läuft, sehen die auch im Alter noch ziemlich gut aus und ansonsten sehen die halt aus wie so verbitterte Omachen. Ja, besser kann ich es gar nicht bezeichnen. Und das kann ich mir vorstellen, dass das bei Miss Buckingham Stussy auch der Fall war und auch eben bei Mutter Kamel. Und beide waren halt einfach nur noch geldgierig. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Miss Buckingham Stussy daran glaubt, dass das große Erbe von Whitebeard natürlich ein großer Schatz ist. Bei der Szene mit Marco haben wir aber erfahren, dass es dieses große Erbe von Whitebeard gar nicht gibt. Alles, was er an seinem Anteil bekommen hat, was er sich selbst genommen hat, war natürlich der ganze Schnaps und vor allem der billige Schnaps. Aber das meiste Geld, was er sich genommen hat oder seinen Teil, wenn die Whitebeard Piraten einen großen Fischzug gemacht haben, den hat er halt natürlich nach Sphinx Island geschickt. Ja, in sein Heimatdorf, damit die mehr oder weniger leben können, aber das war nicht besonders viel. Und deswegen könnte an der Stelle auch nochmal Sphinx Island interessant werden. Denn hier wurde eine Story aufgebaut mit Marco, der ja eigentlich gar nicht weg wollte, weil er Sphinx Island beschützen muss, weil wir ja von Edward Weevil gehört haben, der ja hinter ihm her ist. Edward Weevil wollte ja auch einem Monkey D. Ruffy hinterher, um von ihm Informationen zu bekommen, wie er an Marco herankommt. Und Edward Weevil hat auch schon etwas geleistet in dem Sinne. Nein, er hat keine der originalen Whitebeard Piraten getötet, also insgesamt ist eigentlich nur ein Toter da bekannt, nämlich Iso. Und er ist erst später bei dem Onigashima Krieg draufgegangen. Die anderen dürften eigentlich noch überleben. Wen er aber ausgeschaltet hat, war die komplette Allianz von Blackbeard insgesamt 15 bis 16 Schiffe und Crews, die er alleine, ja, niedergemacht hat. Und Kizaru sagte noch im gleichen Kapitel, in Kapitel 802, als er vorgestellt wurde, und das war auch der letzte Auftritt von Edward Weevil, ich werde aber auch noch auf einen anderen Bezug nehmen, dass ein Edward Weevil so stark ist, wie ein junger Whitebeard. Ja, okay, ein junger Whitebeard ist natürlich nicht Whitebeard Prime, das sollte jedem klar sein, aber dadurch macht das natürlich viel mehr Sinn, dass Edward Weevil der Klon von Whitebeard ist und dann ist er natürlich buchstäblich so stark wie der junge Whitebeard, denn er ist ja quasi dadurch der junge Whitebeard. Dafür würde natürlich auch noch das Alter von Edward Weevil sprechen, das wurde mit 35 Jahren beziffert und das passt eigentlich zu der Zeit, als die Mets aktiv waren. Die Mets waren bis vor 24 Jahren der aktuellen Zeit in One Piece aktiv, hier haben wir eine Aussage von Yonji erhalten, dass sobald die Winsmoke Kinder geboren waren, eben auch ein Winsmoke Judge nicht mehr bei den Mets war und 24 Jahre ist Reiju und das war natürlich das erste Kind, daher können wir das in gewisser Weise einordnen. Wann es mit den Mets irgendwann mal losging, ja das wissen wir leider nicht und wie alt gerade Stassi ist, wissen wir halt auch nicht, darum wird ja ein großes Geheimnis gemacht, also sie könnte theoretisch sogar noch älter sein, als wir das alle vermuten, aber ich würde auch so sagen, zwischen vielleicht 30 und 40 Jahren, wir gehen ja auch davon aus, dass Edward Weevil ein gescheiterter Klon von Whitebeard ist, deswegen sieht er auch in gewisser Weise anders aus und hat überall diese Narben, während Stassi natürlich der erfolgreiche Klon ist und spricht ja dann eher dafür, dass Stassi quasi auch vielleicht der einzige Klon ist, nämlich der, der am Ende funktioniert hat und danach hat man eben auch gar nicht mehr weitergemacht mit den Klon-Experimenten, das heißt also, alle anderen könnten noch weitere gescheiterte Klone irgendwo existieren, aber einen perfekten Klon, wie das eben von Miss Buckingham Stassi, also dieses Stassi, die wir kennen, das war der einzig perfekte und das war vielleicht auch das Meisterwerk von Vegapunk, weshalb wir jetzt in Kapitel 1072 auch nochmal so eine Lobeshymne von ihm über sie gehört haben, dass das ja quasi sein lebendes Objekt ist, das er erschaffen hat, auch wenn die Welt das vielleicht auch anders sehen würde. Aber gehen wir zurück zu Weevil und was der jetzt eigentlich treibt. Wir haben ihn doch nochmal kurz vorher gesehen, nämlich in der letzten Pause des Wano Kuniaks in Kapitel 956, denn dort wurde ja das Shichibukai-System abgeschafft und da Edward Weevil bis zu dem Zeitpunkt noch unter dem Schutz dieses System stand, hat natürlich die Marine sich direkt entschieden, ihn jetzt einzukassieren. Also er muss ja in gewisser Weise ein Kopfgeld haben und die waren ja sowieso nicht so ganz zufrieden, dass er immer sehr große Kollateralscheiden hinterlassen hat und da ist natürlich auch die große Frage, was hat der für ein krasses Kopfgeld, wenn er so krass ist wie ein junger Whitebeard, also da gehe ich auch mal davon aus, dass das mindestens eine Milliarde aufwärts ist und Miss Buckingham Stussy hat ihm natürlich dann auch die Erlaubnis gegeben, jetzt darfst du die Marine angreifen, wir müssen uns ja irgendwie verteidigen. Kann mir nicht vorstellen, dass sie den jetzt einkassieren und er jetzt in Impel Down sitzt und die ganze Geschichte ist durchgespielt. Dafür bekommen wir gerade zu viele Informationen Richtung Klone und vor allem Klone der ehemaligen Rockspiraten, wozu Whitebeard natürlich auch noch gezählt wird, deswegen muss er jetzt irgendwo auftauchen. Vielleicht Sphinx Island, vielleicht ist das, was wir im Grunde alle die ganze Zeit erwartet haben oder besser gesagt Marco erwartet hat damals in Kapitel, ich glaube, es war vor dem Tavano Kuni Arc, dass er damit rechtet, dass Edward Weevil auftaucht und er dort dann eben die Wache hält, dass er dort auftaucht und vielleicht sogar Marco besiegt. Das wäre eine komplette Ansage und gehen wir mal davon aus, dass Marco im Grunde zu Ende erzählt wurde mit seinem Auftritt in Onigashima und da war er ja in gewisser Weise auch so ein Fremdkörper. Klar, er hat an der Stelle und an der Stelle sehr gut geholfen und vielleicht war das so ein wichtiges Helfen, dass es anders da wahrscheinlich auch gar nicht funktioniert hätte, aber vielleicht auch nur so eine Vorbereitung und Marco wurde ja zurückgebracht von den Rothaar-Piraten nach Sphinx Island. Vielleicht wurde jetzt Sphinx Island in der Zwischenzeit zerstört und wir sehen demnächst Marco, der halt in den Drümmern von Sphinx Island steht und dann nochmal wieder weggeht, um jetzt eine Jagd zu eröffnen nach Edward Weevil. Damit hätte ja auch im Grunde Miss Buckingham Stassi das erreicht, was sie wollte. Dann braucht sie nicht mehr weiter nach Marco suchen, sondern sie hat dann eben etwas erzeugt, womit Marco nach ihnen suchen muss. Quasi lockt sie die Motte zum Licht. Wäre eine sehr interessante Entwicklung, ist halt natürlich nur die Frage, wo wird Miss Buckingham Stassi hingehen? Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier Edward Weevil an der Stelle verliert, weil Marco ist, wie ich schon gesagt habe, zu Ende erzählt. Wir wissen alles über ihn. Über Edward Weevil wissen wir fast gar nichts und es wäre auch ein bisschen langweilig, den Charakter nur einzuführen, nur damit ihn irgendein anderer besiegt. Klar, persönlich würde ich auch sagen, Marco muss diesen Kampf gewinnen. Ich mag Marco viel mehr als einen Edward Weevil, aber wir müssen natürlich auch auf die Story achten und es würde natürlich auch irgendwie Sinn machen, dass Miss Buckingham Stassi sich jetzt dazu entscheidet, sich jemand anderem anzuschließen, weil in gewisser Weise hat man sich ja durch das Shishibukai-System auch der Weltregierung angeschlossen und damit quasi so einen Schirmherrn gehabt, der so ein bisschen wie wachende Hand über einen hatte oder zumindest dann die Marine von einem abgehalten hat, weshalb ich mir gut vorstellen kann, dass sie sich vielleicht auch einer anderen Piratenbande anschließt und hier sind wir wieder bei Blackbeard und natürlich kann man an der Stelle sagen, okay, Blackbeard ist derjenige, der Whitebeard umgebracht hat, wie will man das einem Edward Weevil verkaufen? Yo, Leute, dieser Typ ist halt ein bisschen beschränkt, das ist nicht der cleverste Charakter, dem kann man alles verkaufen, wenn man ihm das nur einredet. Ich meine, Miss Buckingham Stassi hat ihm eingeredet, dass er der Sohn von Whitebeard ist, obwohl er vielleicht selbst buchstäblich Whitebeard beziehungsweise sein ja gescheiterteres Klon-Experiment von Whitebeard ist. Dem kann man auch einreden, dass Blackbeard eigentlich nur Gutes getan hat oder dass der Vater Whitebeard eigentlich der Böse war und was Blackbeard getan hat, halt gut war und Blackbeard hätte einen weiteren starken Verbündeten. Vielleicht nicht direkt als Titanic-Captain, aber auch wieder in dieser Blackbeard-Großflotte und dadurch würde natürlich auch viel mehr auffallen, weil gehen wir mal davon aus, Ruffy kommt nach L-Buff und Blackbeard wird der große Gegner und Shanks ist auch da, ja dann muss ich ja auch die Blackbeard-Piratenbande gegen wahrscheinlich diese beiden Piratenbanden schlagen und wir wissen auch, dass Eustace Captain Kit bereits dort ist, was natürlich auch nochmal so ein Zünder an der Waage sein könnte, auf welche Seite er sich schlägt oder es wird halt diese große Battle Royale und alle clashen irgendwie aufeinander und das könnte natürlich dann auch der große Moment sein, dass dann eben auch die Stroh-Großflotte kommen muss. Vor allem, wir sind auf L-Buff, da sollte es sowieso klar sein, dass man einen Charakter wie Hyrodin dann wieder in die Story integrieren muss und er ist ein Teil der Stroh-Großflotte und im besten Fall hat er auch sein Ziel erreicht, die alten Riesen-Krieger-Piraten wieder zusammenzudrommeln und wir sehen Boogie, Woogie wieder und Oumo und Kasi und das würde ich einfach komplett abfeiern. Und dann gibt es dann hier wirklich halt entweder einen Zwei-Fronten-Krieg oder einen Mehr-Fronten-Krieg auf L-Buff, was dann vielleicht sogar die große Eröffnung für den ganz großen Krieg in Wano Kuni ist, der große Sturm, von dem Urush einmal damals gesprochen hat und nicht nur Urush, sondern eben auch Doflamingo und auch Justus Captain Kit und meines Erachtens passt das alles sehr gut zusammen. Ich sage nicht, dass alles so kommen muss, aber es hat auf jeden Fall Hand und Fuß, dass es so kommen könnte. Kann natürlich auch alles in eine andere Richtung gehen und wir bekommen jetzt nach dem L-Buff-Arc eigentlich einen anderen Arc, ja, den wir gar nicht erwartet hätten. Wir kommen auf eine komplett andere Insel, weil Vegapunk dorthin will nach dem Egghead Island Arc, aber dann würde uns ja wieder L-Buff genommen werden und ich glaube nicht nach so viel Anteasen, denn das sind die großen beiden Sachen, die jetzt in den letzten Kapiteln und vor allem in den letzten 1, 2 Arcs oder sagen wir mal das Ende von Wano Kuni und der Egghead Island Arc am größten angeteast wurde, nämlich Blackbeard und L-Buff und da packst du dann im Grunde auch diese beiden Charaktere rein mit Urush und Weevil, die auf dem ersten Blick, wie ich es am Anfang erklärt habe, nichts miteinander zu tun haben, aber mit diesem Arc zusammen verbunden werden. Das würde mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich bin jetzt auf eure Meinung zu diesen beiden Charakteren und zu dieser Charakterentwicklung beziehungsweise Storyentwicklung gespannt. Schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Podcasts und natürlich viel mehr One Piece Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt One Piece gewogen, bleibt mir gewogen. Ade!